Es hätte in den vergangenen Tagen durchaus Gelegenheiten gegeben, sich zu freuen. Die Nobelpreisträger wurden bekannt gegeben und der Kiebitz ist Vogel des Jahres. Wer sich dann aber entscheidet, am Wochenende den Angriff der Hamas auf Israel zu feiern, ist einfach ein Arschloch und eine Schande für dieses Land. Nicht nur radikal-islamischer Antisemitismus ist gerade in seiner übelsten Ausprägung zu bewundern. In diesem Land auch Menschen aus dem eher linken Spektrum, ja aber, sich in bester All-Lives-Matter-Manier in einen großen Relativismus hinein. Es klingt ja auch so informiert und so abgeklärt. Ja aber, Israel hat ja auch, ja aber, man muss auch das Gesamtbild sehen. Wenn Israel gerade irgendetwas braucht, dann Solidarität, Unterstützung, Mitgefühl, aber ganz bestimmt keine Relativierungen und erst recht nicht aus Deutschland. Deutschland war für die Shoah verantwortlich. Und dass die Nachfahren der Mörder von damals meinen, den Nachfahren der Überlebenden erklären zu müssen, wie diese für ihre Sicherheit zu sorgen haben und wie nicht, ist der Gipfel der Schamlosigkeit.